Im Rahmen der Integralrechnung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man das Volumen eines Rotationskörpers um die y-Achse berechnen kann. Bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen, werden wir uns zuerst anschauen, wie überhaupt ein Rotationskörper um die y-Achse entstehen kann, beziehungsweise welche Formel für die Berechnung benötigt wird. Also, wir haben hier ein Koordinatensystem und eine Funktion f und x hier mit blau dargestellt. Diese Funktion lassen wir um die y-Achse rotieren. Dabei entsteht in diesem bestimmten Bereich hier an der y-Achse, angedeutet durch die Grenzen a und b, ein Rotationskörper. Und den Rauminhalt oder das Volumen dieses Rotationskörpers wollen wir natürlich bestimmen. Und dafür brauchen wir diese Formel hier. Zugegeben, beim ersten Blick sieht sie vielleicht ein bisschen kompliziert aus und aus diesem Grund werden wir uns auch die Formel ein bisschen näher anschauen und die einzelnen Bestandteile analysieren. In erster Reihe sollen euch diese zwei Sachen hier auffallen. Einmal das Pi vor dem Integral und dann die Tatsache, dass die Funktion im Integral quartiert wird. Das ist genauso wie bei der Rotation um die x-Achse. Zweitens, es gibt zwei Grenzen beim Integral a und b. Wie ihr sehr einfach an der Abbildung links erkennen könnt, sind das die Grenzen dieses Körpers auf der y-Achse. Das Besondere an dieser Formel ist allerdings die Tatsache, dass die Funktion, die hier integriert wird, nicht f von x ist, sondern f quer von x oder die sogenannte Umkehrfunktion von f von x. Wieso an dieser Stelle die Umkehrfunktion benötigt wird, werden wir gleich klären. Allerdings davor noch einen kleinen Hinweis. Ich gehe in diesem Tutorial davon aus, dass ihr in der Lage seid, eine Umkehrfunktion zu bilden. Wenn damit noch Schwierigkeiten gibt, entweder oben rechts unter den i-Punkt oder am Ende dieses Videos im Abspann findet ihr auch dazu ein passendes Tutorial. Und jetzt, wie bereits erwähnt, eine sehr kurze und einfache Erklärung, wieso an dieser Stelle in dieser Formel die Umkehrfunktion benutzt wird. Dafür nehmen wir unsere Funktion von vorher und betrachten wieder diesen Bereich zwischen den Grenzen a und b, was wir um die y-Achse rotieren wollten. Wenn man jetzt bildlich die Umkehrfunktion bildet, bedeutet das eigentlich eine Spiegelung der ursprünglichen Funktion, der blauen Funktion, an der ersten Winkerhalbierenden. Entsprechend sieht dann die Umkehrfunktion genau so aus. Und wenn wir jetzt auch noch die Grenzen a und b an dieser ersten Winkerhalbierenden spiegeln, dann entsteht hier zwischen der grünen Kurve, also zwischen der Umkehrfunktion und der x-Achse, ein Flächenabschnitt, das genauso groß ist wie das ursprüngliche Flächenabschnitt, was wir eigentlich um die y-Achse rotieren wollten. Also, dieser ursprüngliche Flächenabschnitt ist genauso groß wie diese Fläche hier, die die grüne Funktion, also die Umkehrfunktion, mit der x-Achse einschließt. Also, das bedeutet, unsere Formel von vorher tut ja nichts anders, als eine Rotation um die y-Achse, eigentlich mit Hilfe der Umkehrfunktion in eine Rotation um die x-Achse zu transformieren. Und das steckt eigentlich hinter dieser Formel. Und wie man diese Formel anwendet, sehen wir jetzt gleich anhand zwei verschiedenen Beispielaufgaben. Und hier ist die erste Beispielaufgabe. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Das Schaubild der Funktion f, die y-Achse und die Gerade mit den Gleichungen y gleich 2 und y gleich 4 begrenzen eine Fläche, die um die y-Achse rotiert. Bestimmen den Rauminhalt des entstehenden Rotationskörpers. Wenn euch das zu schnell ging, dann drückt ruhig auf Pause und liest euch in Ruhe die Aufgabenstellung durch. Was hier nicht unbedingt notwendig wäre, wäre eine Skizze. Allerdings, weil es die erste Beispielaufgabe ist, denke ich mir, dass das nicht schaden würde. Deshalb wollen wir uns zuerst das Ganze bildlich vorstellen. Also wir haben hier ein Koordinatsystem und in diesem Koordinatsystem könnte f näherungsweise so aussehen. Also das wäre die Wurzelfunktion, die links gegeben ist. Die lassen wir jetzt um die y-Achse rotieren sozusagen und zwischen dieser zwei Geraden, y gleich 2 und y gleich 4, hier durch die zwei gestrichelte Linien dargestellt, entsteht ein Rotationskörper, das ist dieser grüne Körper hier, dessen Rauminhalt wir eigentlich bestimmen wollen. Zur Erinnerung, dafür brauchen wir jetzt natürlich diese Formel hier. Um diese Formel überhaupt zu benutzen, brauchen wir in erster Reihe die Umkehrfunktion. Und die bilden wir jetzt. Dafür schreibe ich das f und x hier vorne als ein y hin. Also y ist dann gleich Wurzel aus 2x plus 4. Und dieser Term hier müssen wir zuerst nach x umformen. Das heißt, wir quadrieren erstmal auf beide Seiten, sodass die Wurzel verschwindet. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite y hoch 2 ist gleich. Und auf der rechten Seite verschwindet die Wurzel und da bleibt nur 2x plus 4 übrig. Dann bringen wir die 4 rüber mit minus 4. Haben dann links y² minus 4 stehen. Und auf der rechten Seite noch die 2x. Und am Ende teilen wir das Ganze noch durch 2. Links steht dann 1 halb y². Kleiner Hinweis an dieser Stelle, natürlich kann man auch y² durch 2 schreiben. Aber so sieht es ein bisschen schöner aus. Und dann haben wir noch die minus 4. Die teilen wir auch durch 2. Entsprechend haben wir hier hinten 2. Und dann ist gleich x. Im nächsten Schritt vertauschen wir x und y. Und ich drehe dabei auch die Gleichung um. Also ich sage dann y ist gleich 1 halb x² minus 2. Und das ist jetzt hier auch gleichzeitig unsere Umkehrfunktion. Also f² von x ist ja das gleiche wie 1 halb x² minus 2. Ich habe jetzt hier links nochmal die Umkehrfunktion sauber abgebildet. Und jetzt können wir die rechts eingeblendete Formel dafür nutzen, um diese Rechnung zu Ende zu bringen. Also sozusagen stellen wir jetzt das Integral auf. Ich fange auf der linken Seite mit v ist gleich. Dann pi mal Integral. Zur Erinnerung, die Grenzen auf der y-Achse waren vorher in der Aufgabenstellung zu sehen. Sind 2 und 4. Und dann kommt unsere Umkehrfunktion hier. 1 halb x² minus 2 Klammer alles hoch 2 dx. Leider ist das keine Funktion, die so einfach integriert werden kann. Und deshalb nehme ich sie erstmal hier auf die Seite. Und wir bilden alle Ruhe die Stammfunktion, bevor wir die Rechnung für dieses Integral weiterführen. Also, hier nochmal an der Seite geschrieben, f von x ist gleich 1 halb x² minus 2 hoch 2. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, diese Klammer aufzulösen. Entweder mit Hilfe einer binomischen Formel. Oder wenn euch das nicht mehr gefällt oder ihr sie nicht mehr in Erinnerung habt, könnt ihr auch die Klammer zweimal nebeneinander mit Malschreiben und alles ausmultiplizieren. Ich werde mich jetzt für die binomische Formel entscheiden, weil es einfach schneller geht. Das heißt, ich löse mit Hilfe der zweiten binomischen Formel diese Klammer auf. Also, a² wäre bei uns dann einfach ein Viertel x auf 4. Dann kommt minus 2 mal a mal b. Also, minus 2 mal 1 halb x² und mal 2. Und am Ende noch plus b², also plus 2 hoch 2. Natürlich werden wir diesen Term jetzt noch ein bisschen zusammenfassen. Und damit haben wir ein Viertel x auf 4. Dann hier beim zweiten Term kürzen sich ein paar Zweier weg. Zum Beispiel diese zwei kürzen sich mit der hintere zwei weg. Und dann bleibt ja nur noch minus 2 x². Und 2 hoch 2 ist natürlich 4. Jetzt können wir endlich an die Stammfunktion denken. Also, große von x wäre in diesem Fall ein Zwanzigstel x auf 5 minus 2 Drittel x auf 3 und am Ende noch plus 4x. Und das ist jetzt unsere Stammfunktion. Die können wir hier auf der linken Seite nutzen, um unser Integral zu lösen. Also, im nächsten Schritt haben wir Pi mal dann diese eckige Klamm auf, das ihr natürlich von dem Hauptsatz der Integralrechnung kennt. Und ich trage hier erstmal die Stammfunktion ein. Also, 1 Zwanzigstel x auf 5 minus 2 Drittel x auf 3 plus 4x. Und die Grenzen dann auf der rechten Seite, also von 2 bis 4. Und im letzten Schritt werden natürlich in dieser Stammfunktion die Grenzen eingesetzt. Also, das Ganze sieht dann so aus. Pi mal, ich mache da eine ganz große Klammer. Zuerst die obere Grenze, also die 4. 1 Zwanzigstel mal 4 hoch 5 minus 2 Drittel mal 4 hoch 3 plus 4 mal 4. Und dann Minus, dann kommt die Minusklammer und dann wird die untere Grenze eingesetzt. 1 Zwanzigstel mal 2 hoch 5 minus 2 Drittel mal 2 hoch 3 plus 4 mal 2. Und am Ende müsst ihr natürlich das hier alles, oder könnt ihr auf einmal in den Taschenrechner eintippen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Das Ergebnis lautet näherungsweise 63,67 VEs oder allgemein Volumeneinheiten. Und hier ist noch eine relativ kurze anwendungsorientierte Aufgabe. Ich überfliege die Aufgabenstellung. Ein Behälter zur Herstellung von Eis hat ein Parabelfölkernsprofil, der durch die Funktion f von x beschrieben werden kann. x und f von x sind dabei in Zentimeter angegeben. Die maximale Breite des Behälters ist aus der Schaubildung zu entnehmen, berechnet das Volumen des Behälters. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass ihr in Ruhe die Aufgabenstellung gelesen habt. Und betrachten jetzt ein bisschen genauer diese Abbildung. Also, anhand der Abbildung kann man sich, glaube ich, diesen Behälter gut vorstellen. Und was für unsere Rechnung wichtig ist, ist die maximale Breite des Behälters hier am obersten Rand. Und zwar, mit Hilfe dieser maximalen Breite können wir natürlich die Grenzen für uns Integral festlegen. Achtet bitte darauf, die Breite ist zwar gegeben, aber die Grenzen auf der Y-Achse sind nicht gegeben. Naja, ok, anhand der Abbildung, die eine Grenze wäre unten bei 0, aber wir brauchen noch die zweite Grenze auf der Y-Achse. Und wenn wir diese Behälter ein bisschen genauer anschauen, erkennen wir, dass nach links und nach rechts natürlich 18 cm weit das Behälter geht. Und wenn wir uns an der linken Seite jetzt orientieren, dann könnten wir mit Hilfe dieser Angabe natürlich die Y-Koordinate von diesem Randpunkt auf dem Behälter bestimmen. Und damit hätten wir auch die obere Grenze für unser Integral. Also, diese Y-Koordinate kriegen wir raus, indem wir einfach diese 18, beziehungsweise ist es egal, ob wir jetzt minus 18 oder auf der rechten Seite, plus 18 in unsere Funktionsgleichung einsetzen. Und das machen wir eigentlich auch hier an dieser Stelle. Ich setze jetzt allerdings nicht minus 18, sondern plus 18. Also, ihr könnt euch die grüne Linie auch auf der rechten Seite vorstellen. Und dann haben wir entsprechend 2,15 mal 18 hoch 2. Und wenn ihr das Ganze in den Taschenrechner eintippt, das Ergebnis lautet 43,2 cm werden das in diesem Fall. Und damit hätten wir dann auch die Höhe des Behälters und dadurch auch die obere Grenze des Integrals. Im nächsten Schritt brauchen wir natürlich erstmal die Umkehrfunktion. Dafür schreibe ich wieder diese Funktion, die wir hier haben. f von x als y ist gleich 2,15 x hoch 2. Und jetzt formen wir erneut nach x um. Das heißt, in erster Reihe können wir diesen 2,15 rüberbringen. Die einfachste Methode wäre einfach mit dem Kehrwert dieses Bruches durchzumultifizieren. Also mal 15,5. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite 15,5 y. y ist gleich x². Und jetzt müssen wir natürlich nur noch die Wurzel ziehen. Und damit haben wir dann Wurzel aus 15,5 y sind gleich x. Im nächsten Schritt vertauschen wir x und y. Also wir können dann wieder sagen y, wenn wir die Gleichung umdrehen, ist gleich Wurzel aus 15,5 x. Und das ist dann hier auch unsere Umkehrfunktion. Und diese Funktion habe ich hier nochmal sauber dargestellt, zusammen mit der Formel, die wir gleich brauchen werden. Also, wir können jetzt natürlich in dieser Formel einsetzen. Wir haben dann v ist gleich pi mal Integral. Zur Erinnerung, die untere Grenze war 0 und die obere Grenze haben wir vorher bestimmt, waren 43,2 cm. Und dann kommt unsere Funktion hier, Wurzel aus 15,5 x ins Quadrat genommen und dann dx. Die gute Nachricht bei diesem Integral ist die Tatsache, dass sich die hoch 2 und die Wurzel gegenseitig aufheben. Das bedeutet, übrig bleibt am Ende nur noch pi mal Integral von 0 bis 43,2 von 15 halbe x dx. Und das müssen wir nur noch integrieren, also entsprechend eine Stammfunktion bilden. Die wird dann in eckigen Klammern geschrieben und lautet 15 Viertel x hoch 2. Die Grenze werden dann hier rechts an diese Seite übertragen von 0 bis 43,2. Und am Ende setzen wir noch die Grenzen ein. Also zuerst die 43,2, also 15 Viertel mal 43,2 ins Quadrat. Und minus, naja, wenn wir die 0 einsetzen, wird sowieso alles 0, dann können wir uns das auch sparen. Und das können wir natürlich dann am Ende wieder in den Taschenrechner eintippen. Habe ich auch gemacht. Das Ergebnis lautet 21.986,12. Und das werden dann anhand der Aufgabestellung Kubikzentimeter. Und für den Fall, dass euch das viel vorkommt, das sind einfach ca. 22 Liter. Also von daher annehmbar für einen Eisbehälter. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die euch weiterhelfen konnten. Ihr habt bereits bemerkt, es ist wichtig, dass man die Stammfunktionsbildung beherrscht, sowie der Hauptsatz der Integral- und Differenzialrechnung. Außerdem müsst ihr in der Lage sein, Umkehrfunktionen zu bilden. Weiterhin interessant ist natürlich auch noch die Rotation um die x-Achse, sowie Rotationskörper zwischen zwei Funktionen für die x- und die y-Achse. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.